Ihr guckt ja sehr fach! Ja genau! Das ist der Robben, wie wir ihn lieben. Ein Abstauber. Ja, das schön gemacht. Ja, kann man ja mal machen. Noi! Es ist ein Meter! Es ist ein Meter! Es ist ein Meter! Es ist ein Meter! Nein, was ist das denn? Und es ist auch noch Geld für Ackler oder was? Ja, guckt ja sehr fach! Alter, du hast mir doch rumgegeben. Alter! Alter! Scheiße! Wo stehst du hin? Nein! Das kann nicht wahr bleiben! Ich bin so verarschen! Alter! Erstmal brichst du meinem armen Robben das Genick hier und dann hält er das auch noch! Alter! Wie geil war das denn? Das ist ja wohl ein Scherz! Scheiße! Ich seh grad nur verschwommen! Ich möchte das nochmal sehen! Ich auch! Scheiße! Das war schnell das Spiel! Beendet! Ich will das nicht drüber sehen! Das war das Beste, was ich, glaub ich, von FIFA 13 bis 14 gesehen hab, ey! Ohne Scheiße! Alter! Was war das denn? Ich springte den voll rein! Aber richtig! Und das gibt 11 Meter im Ernst! Und da, jetzt! BOOM! Es sieht so geil aus! Ach, das hatte doch viele Schönes, ey! Und dann kommt der Adler hier raus und macht... BOOM! Alter! Soll mal einer sagen, Fußball ist nicht brutal, Leute! Mit diesem schönen Ende hier! Hat an Jay seine Revanche dann doch gespricht, hat mit ihr dann mit dem 3 zu 1 und dann doch... Was machst du mal gelang? Dir gibt's kein Catchback zum Frühstück! Ja! Das war wieder geil, Alter! Was ist das denn schon wieder für den Spruch gewesen, ey! Was ist das denn schon wieder für den Spruch gewesen, ey? Was ist das denn schon wieder für den Spruch gewesen?